Garmisch-Partenkirchen, Ski-Wildcup-Wochenende. Ein wichtiges Ereignis für den Ort, die Region, den Wintersport. Mit Millionen von Zuschauern an den Bildschirmen zu Hause und tausenden Fans an der Piste. Die Faszination für den Wintersport ist ungebrochen. Aber immer wieder sieht das so aus. Egal ob Langlauf, Skisprung oder Alpinrennen. Weiße Sportbahnen in schneeloser Umgebung. Nirgendwo zeigt sich der Klimawandel deutlicher als in den Bergen. Und der Alpine-Skisport ist besonders betroffen. Manchmal kommt zu viel, manchmal kommt gar kein Schnee. Und für jeden einfach, jeder plant das und haut sich rein dafür, dass das über die Bühne geht oder dass da eine Show gezeigt wird. Und das macht es natürlich extrem schwierig, weil es einfach nicht mehr planbar ist. Natürlich, Garmisch-Partenkirchen ist bekannt durch Neujahrsschuspringen und Ski-Weldcup. Wenn wir vier Rennen haben, haben wir ungefähr sechs Stunden Fernsehzeit insgesamt. Und zwar Europa und teilweise weltweit. Das ist natürlich mit nichts aufzuwiegen. Also der nervliche Druck geht's, geht's nicht. Wettertechnisch, organisatorisch, das ist Ärger geworden. Gestern haben wir zum Beispiel 50 Zentimeter Schnee oben gehabt und morgen haben wir dann 15 Grad plus. Das sind Extreme, wo sich der Veranstalter brutal darauf einstellen muss. Das Ergebnis, ein immer höherer Aufwand. Wochenlang schuften hunderte von Helfern, um die Rennpiste für die Abfahrt zu präparieren. Und ohne Kunstschnee läuft schon längst nichts mehr. Es gibt kein Weltcup-Rennen mehr auf Naturschnee. Das gab es, seit es den Kunstschnee gibt, fahren wir auf dem Material, auf den künstlichen Schnee. Das ist einfach so. Wir sind im Endeffekt nichts anderes wie ein Circus Maximus. Es sind Athleten, die erfreuen ein gewisses Publikum. Und das kann man nur mit dem Kunstschnee machen. Aber nicht nur die Profis sind betroffen. 7 bis 8 Millionen Bundesbürger fahren laut Deutschem Skiverband regelmäßig Ski oder Snowboard. Und auch für sie werden die Pisten aufwendig präpariert. Wie zum Beispiel im Sudelfeld, einer Autostunde südlich von München und eines der beliebtesten und größten Skigebiete in Deutschland. Der Kunstschnee ist da in den Hauptpisten, auch überall im ganzen Gebiet. Und da haben wir bis zu 70 Zentimeter Schnee drinnen. Der hält uns also locker durch bis Ende der Saison, also bis Ostern. Also wir könnten mit Sicherheit überhaupt keinen Skibetrieb haben, weil der Naturschnee sehr wenig ist heuer. 23 Millionen Euro wurden im Sudelfeld bisher in die Modernisierung gesteckt. Weitere 17 Millionen sind geplant. Um die Investition wieder zurückzuzahlen, sind einfach die 15 bis 20 Jahre nötig. Und den können wir mit der Beschneidung einfach auch halten. Noch scheint sich das Geschäft für die Skigebiete zu lohnen. Auch wenn der Einsatz an Kapital, Wasser und Energie gigantisch ist. Sie investieren auf Teufel komm raus, weil dieses Fenster, in dem es kalt genug ist, minus drei Grad, dieses Fenster, wo man Schnee machen kann, wird also immer kleiner. Das heißt, dieses Spiel kostet immer mehr und heute sind also schon 40 Prozent eines Tagesskipasses in Beschneidungskosten. Es wird so teuer werden, dass man sich das nicht mehr leisten kann. Der Skisport wird immer elitärer werden und dann wird es zu Ende gehen. Den Preis zahlen bereits kleinere Skigebiete in niedrigeren Lagen. In den letzten 15 Jahren haben über 50 von ihnen den Betrieb eingestellt. Wir haben nach wie vor eine hohe Nachfrage nach dem Skifahren. Aber, das ist auch durch Untersuchungen belegt, der Skifahrer will auch nicht auf einem weißen Band in grüner Landschaft fahren, sondern die weiße Landschaft ist ein ganz wichtiges Entscheidungskriterium, wo er hingeht. Die Piste hinabzujagen in schneefreier Landschaft, wie empfinden das die Athleten? Ja, ganz scheißliches Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir fahren ja nicht gerade runter, wir müssen ja hoch auch. Darum nehmen wir mir das natürlich wahr. Und ob es da wirklich eine Lösung gibt, weiß ich nicht. Und das ist ein sehr heikles und großes Thema natürlich bei uns allen, die wohl mit dem Skisport verbunden sind. Ich glaube, dass Deutschland eigentlich in seiner geografischen Lage, also wir für unseren Sport, die meisten Nachteile haben werden. Also wir müssen nochmal mehr investieren, damit wir in Zukunft einfach in diesem Sport einfach auch in der Spitze mitfahren können. Und wie sieht es für den Freizeitsportler aus? Für die breite Masse der Skifahrer werden wir sicherlich im Alpenraum eine Konzentration auf weniger Skigebiete haben, die aber dann quasi Gewinner des Klimawandels sind. Also die Hauptforderung ist, fahrt Ski, wenn Schnee da ist. Aber Schnee heißt Schnee, den die Verholle gemacht hat und nicht diese kleinen Eiskugeln, die uns die Schneekanonen bescheren. In Zeiten des Klimawandels, wohin führt er der Weg des deutschen Wintersports? Das ist eine gute Frage. Bei uns im Studio ist Volker Angris, der Leiter der ZDF-Umweltredaktion. Herzlich willkommen, Herr Angris. Hallo. Ja, dann greifen wir diese Frage doch gleich mal auf. Wohin führt er denn der deutsche Weg im Wintersport? Ganz klar, die Richtung nach oben heißt es, nämlich in Höhen 1500, 1800, möglicherweise sogar 2000 Meter, wo dann noch Wintersport möglich ist. Das heißt natürlich, da drängt sich dann irgendwann alles und ökologisch gesehen ist das nicht so toll. Das geht nämlich in die Richtung Übernutzung, wenn ganz viele Menschen auf einer relativ kleinen Fläche dann Wintersport treiben. Das wird nicht so toll sein, also keine guten Aussichten. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Alpenregion vom Klimawandel besonders betroffen. Das ist so. Also wir reden global über eine Erwärmung von ungefähr 0,8 Grad im Durchschnitt. Global. In den Alpen, im Alpenraum ist es fast schon plus zwei Grad wärmer geworden. Und das liegt einfach daran, in dem globalen Wert, da sind die Ozeane enthalten. Und Wasser erwärmt sich wesentlich langsamer als die Landmasse. Kennt jeder vom Strand. Strand wird heiß, geht man ins Wasser, ist es immer noch relativ kühl. Genau das passiert in den Alpen. Und es kommt noch ein Effekt hinzu. Nämlich in dem Maße, wo wir weniger Schnee haben und auch die Gletscher sich immer mehr zurückziehen, dann wird weniger Sonnenlicht ins All zurückreflektiert. Nochmal so eine Art Wärmeturbo für den Alpenraum. Und die Gletscher, um das noch anzufügen, 30 bis 40 Jahre werden wir sie noch haben. Und dann, das sagen die Klimaforscher, sind sie verschwunden. Weg. Weg. Es ist jetzt schon ein Riesenthema, das Wasser, das benötigt wird, um die Strecken, um die Pisten zu beschneien. Richtig. Also wenn die Gletscher verschwinden, das verändert natürlich den gesamten Wasserhaushalt im Alpenraum. Die genauen Folgen vorherzusagen, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Aber man kann sich natürlich vorstellen, weniger Wasser, auch im Sommer, das wird natürlich die Vegetation im Alpenraum beeinträchtigen. Dort haben wir sehr viele sensible Pflanzen, sogenannte endemische Pflanzenarten, die nur dort vorkommen. Die sind dann hochgefährdet. Natürlich auch die Wasserversorgung der Ortschaften. Und jetzt gerade im Winter, wo wir ja den Wintersport haben, das Skifliegen, was wir ja heute im Programm haben, ja das funktioniert natürlich nur, wenn es künstlich beschneit wird, künstliche Pisten gibt. Und der Wasserverbrauch ist einfach enorm. Man braucht ungefähr zwei bis vier Millionen Liter. Zwei bis vier Millionen Liter für nur einen Hektar künstliche Piste. Damit das ein bisschen klarer wird, wir stellen uns schnell mal ein Schwimmbad vor. Sommer, 50 mal 20 Meter, so ein schönes Schwimmbad. Ja, und da passen gerade mal 1,5 Millionen Liter rein. Das heißt, wenn wir ganz schnell rechnen, das sind so ungefähr zwei bis drei Schwimmbetter Wasser. Genau. Voll Wasser für einen Hektar. Über wie viele Hektar Piste sprechen wir, die beschneit werden müssen? Das ist der Hammer. Der Bund Naturschutz hat ausgerechnet, dass es ungefähr, Achtung, 70.000 Hektar gibt, die künstlich beschneit und aufgebaut werden müssen, damit Wintersport möglich ist. Und unter dem Strich, man glaubt es kaum, nur in einer Saison ist das der dreifache Wasserverbrauch der Stadt München für eine eine Saison Wintersport in den Alpen. Was ist das für Wasser, das da verwendet wird? Ist das reines Wasser oder ist da noch irgendwas zugesetzt? Normalerweise ist es reines Wasser, bei uns zumindest. Aber in verschiedenen Ländern, Schweiz, Frankreich, USA, sind bestimmte Zusatzstoffe erlaubt. Das sind dann Eiweiße und die bilden dann solche Eiskeime, dass sich sozusagen schneller das Eis bildet und die Beschneiung auch bei Graden etwas über Plus dann erfolgen kann bei uns. Und in Österreich ist es verboten. Aber damit die Rennläufer die gleichen Startbedingungen haben, ist ja ganz wichtig. Der, der zuerst läuft, hat andere Bedingungen wie der, der am Schluss läuft. Kann ja nicht sein. Also es muss möglichst gleich sein. Und dazu werden sogenannte Düngelsalze eingesetzt. Das ist eigentlich Dünger aus der Landwirtschaft. Der wird über die Piste aufgebaut. Und das führt dann eben dazu, dass die Schneeoberfläche gleichmäßig hart wird. Also einen gleichen Zustand hat, damit alle wirklich die gleichen Bedingungen haben. Nachteil, irgendwann taut ja alles weg. Und dann haben wir diesen Dünger in der Landschaft, in der Vegetation. Und das führt regelmäßig zu einer dramatischen Überdüngung an diesen Hängen. Und dadurch gehen die Pflanzen an dieser Stelle kaputt. Also der Aufwand, haben wir gelernt, wird immer größer, um dafür zu sorgen, dass dieser Wintersport nach wie vor entsprechend durchgeführt werden kann. Wir haben auch gesehen, wenn man mal ein bisschen abseits der Pisten in Kranzkagore hier am Kulm schaut, da ist sofort alles Grün. Das zeigt die Kammer ja nicht immer sofort. Es wird jetzt seit Jahren auf der UN-Klimakonferenz verhandelt, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Was ist denn da zu erwarten? Ja, schnelle Lösungen gibt es leider überhaupt nicht. Denn die Wahrheit ist einfach echter Klimaschutz. Wenn man es wirklich machen würde, würde bedeuten, dass wir alle unsere Wirtschaftssysteme komplett umstellen müssen. Und das heißt, weg von den fossilen Energieträgern, also Kohle, Öl, hin zu den erneuerbaren Energien. Und das ist natürlich für die klassischen Industrien enorm problematisch. Mindestens bedeutet das sehr, sehr hohe Umstellungskosten. Und dann muss ich ja auf der UN-Ebene fast 200 Staaten unter einen Hut kriegen. Und darunter zum Beispiel die afrikanischen Staaten, die teilweise überhaupt gar nicht wissen, wie sie im Klimaschutz dastehen, weil sie gar keine Statistiken dafür haben. Also das Ganze ist ganz, ganz schwierig. Und selbst wenn es gelänge, ab morgen keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre zu blasen, natürlich völlig irre, das ist einfach nur mal eine Annahme, selbst dann hätten wir noch 50 Jahre und mehr diese Klimaunsicherheiten, weil es so lange dauert, bis ein Klimasystem, ein Weltklimasystem, sich irgendwann wieder ausbalanciert hat. Aber all das, das sagt nicht, dass es nicht im nächsten Jahr doch wieder schneien kann. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz diese globale Erwärmungsgrafik uns anschauen, die wir vorbereitet haben. Und da sehen wir ja, dass diese Zickzack-Kurve, die geht zwar langsam nach oben, das ist der Trend der globalen Erwärmung, aber es geht eben mal rauf und mal runter. Und das deutet darauf hin, dass es durchaus einen schneereichen Winter geben kann. Das wiederum wäre gar kein Widerspruch zu dem Trend der globalen Klimaerwärmung. Das wiederum wäre gar kein Widerspruch zu dem Trend der globalen Klimaerwärmung.